Willkommen bei euch allen! Heute werden wir die Vorteile und Nachteile von Haustieren und Stadtzentrum ohne Autos geben. Haustiere Haustiere sind treu und unterhaltsam. Haustiere sind treu und unterhaltsam. Haustiere ist eine gute Lösung für allein lebende Menschen. Haustiere ist eine gute Lösung für allein lebende Menschen. Haustiere helfen behinderte und blinde Menschen. Haustiere helfen behinderte und blinde Menschen. Haustiere sind gut für Kinder. Haustiere sind gut für Kinder. Haustiere kosten Geld. Haustiere kosten Geld. Haustiere kosten Geld. Sie sauber machen und mit ihnen Gassi gehen. Wenn man ein Haustiere hat, kann man nicht so einfach Urlaub machen. Wenn man ein Haustiere hat, kann man nicht so einfach Urlaub machen. Das Thema Haustiere finde ich sehr interessant. Deshalb möchte ich meine Meinung dazu äußern. Haustiere können zwar sehr schmutzig und laut sein. Aber sie sind ein treuer Begleiter des Menschen und können sehr lustig und unterhaltsam sein. Viele Studien haben gezeigt, dass Haustiere eine gute Lösung gegen Einsamkeit sein können. Besonders für alte Menschen. Außerdem können Haustiere sehr nützlich sein, indem sie behinderten Menschen helfen und Häuser überwachen. Aus diesen Gründen bin ich der Meinung, dass Haustiere sehr nützlich sind. Haustiere ist ganz gut. Die Reise ist der eigenen Reise ist derjenige. Die Reise ist der eigenen Reise. Vielen Dank.